Deutschlands beste Tankstelle 2023 Tankstellenbetreiber Michael Bremswich aus Lohne bei Oldenburg hat seine Tankstelle komplett auf das Thema alternative Energien ausgerichtet. Die Ölheizung der Tankstelle wird mit klimakompensiertem Heizöl betrieben. Im Sommer läuft die gesamte Station komplett autark. Die Tankstelle benutzt grünen Strom und Solartechnik. Seit Oktober 2021 wurden so bereits stolze 13,75 Tonnen CO2 eingespart. Alle Leuchtmittel der Tankstelle wurden gegen LEDs ausgetauscht. Bei Michael Bremswich kann sowohl LPG getankt werden, als auch an einer E-Ladesäule das Elektroauto geladen werden. Die familiengeführte Automatentankstelle mit kleinem Shop plant regelmäßig Veranstaltungen über E-Fuels und den neuen Klimadiesel. Diesen verkauft Michael Bremswich an seiner Tankstelle in Lohne und gehört damit bundesweit zu den ersten Anbietern. Des Weiteren beteiligt sich die Tankstelle an einem Klimaschutzprojekt in Indien. Genauer gesagt an einem Wasserwerk zur CO2-Reduzierung. Die freie Tankstelle Bremswich wird deshalb ausgezeichnet mit dem Award Tankstelle des Jahres 2023 in der Kategorie Umwelt. Weiter so und Glückwunsch!